hallo guten abend hi guten abend wie heißt du ich heiße christine rossignol die nachtigall ich komme aus dem elsass und ich zeige euch heute eine alte kunst und mit der möchte ich eine freude machen nachtigall heißt du ja nachtigall christine rossignol das bedeutet nachtigall wusstest du dass ich eine nachtigall mehr als 300 melodien merken kann habe ich ohne flach weil das sage ich unseren kandidaten immer die kommen wie viel titel kannst du drei dann sage ich den nachtigall kann 300 ja okay was machst du ich begleite die musik mit meiner kunst ist eine alte kunst mit der ich euch eine freude bringen möchte welche alte kunst lasst euch überraschen um überraschungen da steht unsere jury ja total drauf dann folgt mal bitte an wenn man 5 und sich gegenseitig angucken und lachen muss probiert es mal zu hause bleibt euch mal henschen klein an und guckt euch dabei an probiert es mal nicht so schlecht auch nicht so schlecht wie ein und ich ich Okay.